Tadaa! 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 Yeah! Oh! Sicher? Ja ja! Nee! Brevi! Brevi! Kommst du gerade? Hast du noch nicht gehört? Oh nein! Hast du noch nicht gehört? Richtig! 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 Richtig Blattwurst! Nein, einfach nichts! Richtig Blattwurst! Ha 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 ha! Richtig Blattwurst! Richtig! Richtig Blattwurst! Richtig Blattwurst! Richtig Blattwurst! Richtig Blattwurst! Richtig Blattwurst! Von welchem Tier ist das? Sch... Schweins! Denk nicht vom Mensch, oder? Nein, vom Tier, vom Mensch. Der Mensch ist ein Tier. Röntzen und schwindzen. Dörmer, ich bin ein bisschen schmerzen. Gibt es wirklich Blut? Nein, nein, nein. Nur Blutwurst. Das Wasser, äh, Stufe 4, oder? Ja, das Wasser einfach zählen. Ja. Und dann die Würstchen reinzutun. Solange das Wasser sprötelt, die Würstchen reinzutun. Sobald es in die Nacken die Würstchen reinzutun. Und dann einfach zählen, 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Solange es sprötelt, die Würstchen reinzutun. Ja, dann würst du die Würstchen reinzutun, oder? Und dann runter schallt. Nach den Abendschlägen. Ich darf noch nicht kochen. Also, wenn es kocht, dann muss ich so viel wegziehen. Dann muss ich abziehen und alles. Ja, das hat viel mit dem Auge zu tun, und so. Ja, wenn die Würstchen. Wissen Sie, laufen schon ins Wasser raus. Ja. Und wenn es kaputt gehen kann, dann ist es wahnsinnig was. Ja, so Blutwurst kochen ist schon die Kunst halt. Sie haben das ein bisschen wegziehen vermehrt, oder? Ja, das hat schon mit Fingerspitzengefühl zu tun, und so. Ja, also einfach ziehen. Einfach ziehen lassen. Einfach ziehen lassen. Einfach ziehen lassen. Ja, du. Ich kann es gut schätzen, wei? Ja. In die Folie. Genau. Wir machen die Blutwurst. Reinlegen. Warte mal, kochen sie schon? Ja. Auf gute Temperatur. Ja, voll. Die haben wir. Hat sie gesagt, einen Zeitpunkt, oder? Ja. Ja. Ist das ein Zeitpunkt? Nein, gerade noch nicht. Vakuumiert wird es. Ja, kurz 20 Minuten, weil sie im Vakuum sind, oder? Okay. Was, jetzt müssen wir noch 20 Minuten warten? Ja. Warte nicht, dass sie sich jetzt so freuen. Und nachher gehen Alika. Klar. Also 20 Minuten köcheln, auf Stufe 4? Nein, nein, nicht köcheln. Nur ziehen lassen. Ziehen lassen? Ja. Ja, nicht kochen. Wie viel? 20 Minuten ziehen lassen? Ja, 20 Minuten ziehen lassen. Ja. Das Wasser ziehst du einfach mal zu sein, und nachher ich auch. Und dann noch 20 Minuten ziehen lassen. Aber das ist doch eine Koche. Sie können ziehen, und dann schauen, dass es nicht kochen. Oder? Sie schauen, dass es nicht kochen. Nicht kochen. Seiden, ziehen lassen. Ja, ja. 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 Einer muss, ist verantwortlich. Ich spüre es auch mal so. Oder einfach Cielo. Cielo heisst beim Wasser... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ja, genau. Nicht kochen. Und kochen heisst ja einfach Schwingbälle serieren, oder? Nein. Ja, nein. Also wenn es bruttet, dann kocht es. Wenn es bruttet, dann kocht es. Dann fläten wir ihn nach Kossen. Ja, eben. Ja, ja. Und eine Spur unten dran an dem, was so hoch kocht. Das kann nichts passieren. Jetzt ist es ganz sicher. Nein, ich denke nicht, dass wir es grillieren wollen. Ja. Ja, nein. Blutwürste grillieren, ey. Was sagst du dazu? Ich brauche Spätzchen. Gute. Ah, mein... Am 1 finde ich es gut, oder? Nein, nein. Ja. Sie sind schon auftaucht. Aber sie können es nicht mehr. Ja. Hoi. Hoi. Ja. Wir suchen noch Tischbomben. Ja. Hast du den einfach schon? Ja, den Rest haben wir schon. Ja, den Rest haben wir schon. Gute die Schwung. Nein. Ja. 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 Ja, ja. Wir haben nicht allzu lange gekocht. Fürs Fleisch. Es ist sehr spezielles Fleisch. Und fürs Fleisch braucht man noch 20 Minuten. Aha. Okay. Ja. Und sonst haben wir ein super 6-Sterne-Hotel-Dessert gekauft. Ja. 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 Ja, wir haben alles gekauft. Von Sirup bis zu Milch und zu den komischen Veggie-Dingern. Ja. Ja, es ist super, Mann. Ja. Ja. Wir waren beim Kolb, beim Volk und beim Würmli. Wie heisst denn die Metzger? Ja, die Metzger hier. Ja, die Metzger hier. Wohl. Das ist unsere neue Generation. So läuft dann jeder gleich rum. Schau. Nein. Ah! Das ist schick! Bist du noch etwas fragen? Hallo. Ja. Du bist auf der Flucht. Sag. Warum? Du hast immer noch... Du weißt gleich.